Und willkommen zurück zu Folge Nummer 18 Und wenn es euch gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da Alles gern gesehen, Leute So, jetzt aber genug gesammelt, los geht's, Leute Wir wollen dem Trupp das Gebiet zu sichern Alles klar, Carmine Versucht sie denn hier Halte sie von ihm fern Ich war der Sender platziert Burt, wie lange noch, bis ich das Ding abfeuern kann Ja, ich bin noch ein paar Sekunden Was, wenn wir keine paar Sekunden mehr haben Okay Geile Sache Okay, wir können irgendwo Munition Da sind noch ein paar Nachzügler übrig Der Megacodrain passt auf dich auf, Baby Gleich wie ein Faszinierbogen Sichern Sie die Straße, okay Der neue Hammer funktioniert Ja, aber nur in der Nähe dieses Senders Wir müssen noch aufgestellt werden Alles klar GBA direkt voraus Los, Delta Wir bewachen den hier Hör dich auf den Sender Äh, wo muss ich hin? Wie lange sie zur Akademie? Ich muss echt mal Waffen wechseln hier, warte mal Hey, damit wird's gehen Okay, sind voll Das ist ein geiles Ding hier Keine Sorge, Delta Ich hab Zeit für einen Assist, bevor ich weiter muss Los auf den Wagen, Delta Cole, wenn du fertig bist, bring deinen Sender zur Zielposition Danke fürs Mitnehmen, Cole Okay, Leute Was ist denn so ein Rucketist denn hier so? Das stimmt hier nicht Na, wegen dieser ganzen Verantwortung habe ich die Armee verlassen Teilweise übelste Rückgleiche hier drin, übelste Framerate-Einbrüche, warum? Hier ist doch eigentlich, dass es optimiert ist, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch habt Klima, haltet ihn auf, er darf nicht an die Wand Wir müssen da raus, los jetzt Gerade rechtzeitig Verflucht, da ist ein Swarmack Dad, der Pilesender, wir brauchen den Hammer Negativ, negativ, das geht ausheben Lass hier in den Gebäude auf der anderen Hochseite Willst du mich verarschen? Darum? Ihr müsst die Abdeckung maximieren Darum! Verzüttel, Scheiße! Okay, Bird, das wird erledigt Hey, Lima, leg das Ding ab, damit wir vorbeikommen Roger, Delta Ich leg ihn ab Hey, Arschloch! Hier rüber! Ab, du Idiot, geh wieder in Deckung! Was los, Becker? Bär, das sind die Neugarten, wir sind wohl für den Sender Das wären zwei, gute Arbeit Ich schicke einen Satelliten zu dir Dann lass es mal Feuer regnen, Baby! Okay Ho, ho Okay Yeah Huh? Okay Na los, weiter das Gelände, sonst spricht das Gelände gar nicht. Hey, ich denke mal wieder zu den Treppenhof. Okay. 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 Thank you. Okay. Now you're welcome, you're welcome. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Signal! Schnappt euch die Ziellasers! Geschafft! Und was machen wir jetzt? Markiert das Ziel mit dem Laser! Die Satelliten machen den Rest! Kalt für den Swomek aus! Delta! Der Schwarm kommt jetzt ran! Oh, Scheiße! Noch mehr Maden sind im Anmarsch! Break off! Swomek geht zu Boden! Bautake! Oh yeah! Und wer aus? Oh, shit. Verstanden, Paddock. Delta, Paddock braucht Hilfe beim Grabmal. Verstanden. Sind unterwegs. Der Rauch kommt von Hechos Absturzstelle. Ihr drei schwärmt aus. Ich bleibe zurück und schütze den Sender. Wir sehen uns dann drüben. Verlass dich doch. Druckernisch eingestürzte Gebäude. Bernd, Sierra Troppe hat den Sender platziert. Wir stehen unter starkem Beschuss. Wie schnell kriegst du den Satelliten über uns? Einer ist auf dem Weg zu euch, Sierra. Ich nehme an, das Ding hat kein Turbo. Nein, aber keine schlechte Idee. Iris, notier das. Hab ich mir bereits notiert, Damon. Okay. Sieht aus, jetzt haben wir hier einen Schraubstock errichten. Okay. Direkt vor unserer Haustür. Erklärt den Aufseher, den wir erlegt haben. Halt, Eis. Vorsicht. Achtung. Das gefällt mir nicht. Wie viele von den verfluchten Dingern gibt's noch? Hey, versuch's mit Spiel. Hey, versuch's mit Spiel. Sieh jetzt fertig. Ah, komm schon. Ich bin der Kranari. Scheiße, das geht doch gar nicht Wir sind auf dem Weg fertig, haltet los Schlepp sie dir Sicherheitskurschen kann in der Deaktivität geholfen Ei, 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 ei 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 Ich bin gleich bei dir Ja, hoffentlich Oh, es sind ja zwei, was ist denn los? Ja 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 Das war's. 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 Kate. Kate. Das war's. Das war's. Das war's. hat. Das war's. Das war's. Das war's.